Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben! Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf hast? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst... ...mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Hast du schon Angst? Ellie, komm schon! Dafür wirst du rüßen. Das ist gerade lustig, ja. Du bist erledigt. Hab's ja gesagt. Ähm... Es war ziemlich nah dran. Was? In deinen Träumen. Okay, wie du willst. Du zählst bis fünf. Ich versteck mich und wir jangen uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Okay. Schließ die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Wieso geht sie sich immer verstecken? Wieso geht sie sich immer verstecken? Vielen Dank für deinen Follower, René Boss. Und herzlich willkommen bei den Suchi-Rollen, ne? Es war unfair, dass sie sich dauernd da verstecken. Wo kommen wir denn hin? Das ist so gewollt diesmal, weil ich die Streams auf YouTube hochlade. Deswegen sollen die Bilder nicht eingeblendet werden. Eigentlich wollte ich auch die Sounds ausmachen, aber ja, die habe ich angelassen. Aber, ich habe es echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit, du weißt schon, seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komme klar. Du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? WhatsApp. Was hast du? Echt jetzt? Komm her. Schwing deinen Arsch heraus. Wo war es? Alter. People say that we don't know what love is or how to make you feel. Komm schon. I don't know what you're falling through, but you got me in break. I got you. Oh, babe. I got you, babe. I got you, babe. Say our love won't pay the rent before it's earned. Komm. Was ist denn? Hey. Was ist los? Bitte geh nicht. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring, yeah. I've got you. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a cloud. Sorry. And when I get scared, both will. Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Ich habe es mir gedacht, dass das schief ausgeht. Also... Also dieser Lab Behind geht schon länger als ich dachte. Bin ich ehrlich? Der Kuss hat alles gemacht. Der Kuss hat sie angelockt. Ja, natürlich. Die Geräusche von Küssen lockt natürlich die Viecher an. Weißt du das nicht? Der Geruch eines Kusses. Plus das Geräusch. Doch, weiß ich. Ja. Ah, davon hat sie der Kuss, den wir nachher in der Story haben. Die haben sich bestimmt auch geküsst. Und da kamen die Clickers. Ja. BAM 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 Ich stelle mir gerade vor, wenn ich in dem Spiel leben würde. Ja. Das... Oh, wow! Er ist so auf mit Schießen, Junge. Oh, jetzt kommt der Nix an. So... Ich glaube, dann hätten wir alle nicht so ein einfaches Leben, ne? So ein apokalyptisches Leben halt, ne? Das ist... Das ist nämlich nicht so einfach. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich folge mal der unaufhängigen Blutspur. Wo lang? Oh... Oh, das ist scheiß kalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepier in einem Luftschacht. Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötete. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Sie meinte, sie würde es nicht tun. Aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich hab nur mit ihr geredet. Hätte sie nicht gelogen. Hätte ich nicht zugesagt. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Alice? Ist auch egal. Ich hab sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen gekämpft und dabei ist die Naht in meinem Sturm wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunähen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten. Wecken. So kalt. Ich rufe mich lieber ab. Okay. Okay. Yo, tschüss. Solange wo du tot bist. Oh ja, es ist jemand hier drin. Pst, ich höre infizierte. Los, tötet euch. Das finde ich gut. Nein, oh nein, nein. Mit dem Ausruhen hat er wohl wortwörtlich genommen. Ja, er schläft jetzt noch. War halt sehr müde. Kacke. Ah, Kacke. Naja. Wenigstens ist jetzt nur noch ein Klick. Okay. Bum, 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 bum. Gibt's noch mehr von den Pennern? Nein? Okay. Bum, bum, bum. Mein Bogen, äh, Pfeil-Dings will ich. Nein, ich will die Flasche mitnehmen, nicht den Ziegel. So. Oh, sehr schön. Du hast noch mehr Pfeile für mich. Ja. Spiele halt. Spiele sind nicht immer sehr logisch. Mhm, mhm, mhm. Wie wär's hier lang? Erstmal wieder hier die Sachen alles einpacken. Ähm. Hm. Wir haben ja auch hier ein super Gehör. Weil das hat man sonst auch nicht, also... Was war das? Oh nein. Hey, was habt ihr draußen gefunden? Ja. Wie wissen wir, dass sie hier sind? Ach, ja. Ja. Und das Gegenseitige, ah, so mag ich das. Ah. 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 Das war's. So, so hätte das ganze Spiel ablaufen können, wenn wir andere auf die hätten hetzen können, immer auf unsere Gegner. Das wäre so schön gewesen. Was wäre das Leben so schön gewesen, wenn man das hätte machen können? Aber ja, wir wissen ja, es ist nicht immer schön, das Leben, ne? Ich komme mal wieder näher an die Kamera, ich sitze so weit weg hier im Dunkeln, merke ich gerade. Ich hätte vielleicht das Licht auch hinten besser installieren. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch? Klingt aber unlogisch, wenn wir zu Joel wollten. Aber okay. War ja so weit rum, sind wir so weit runtergegangen? Keine Ahnung. Das war jetzt wirklich ein bisschen mehr einfach wegen dem Game. Ich glaube, das gibt ein bisschen mehr die Ambience, als wenn du jetzt hier alles hell beleuchtet hast. Gestern hatte ich zwar hell beleuchtet, als wir die letzte Woche auch gespielt haben, aber egal. Oh, wir sind nicht so weit mehr weg. Oh, wir sind nicht so weit mehr weg. Nein, wir sind nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020